Eine magische Welt. Doch wo sind wir ja hier? Okay, ich kann einfach nur hier so laufen. Kann ich nur drum herum latschen? Aber ich glaube, mit wenig Erfolg... Ja, mit wenig Erfolg können wir hier weiterlaufen. Das heißt, wir gehen hier schnurrstags rein ins Instrument. Eine verpackte Harfe. Musikinstrumente. Das heißt, wir gehen hier. Musikinstrumente. 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 ich glaube wieder zu schnell eingestellt machen wir nochmal ok wenn ihr mitkommen möchtest gerne deiner verpixelten harfe weil ich weiß nicht warum die so verpixelte ist wieder schleim ich glaube in der englischen version ist es jetzt nicht so ja in die normale zurückkehren ok schlafen die alle hier oder so die schlafen alle hier frechheit schon nur weil jetzt hier der mann aus dem schattenreiche simon schattenreich eine verpixelte schattenfigur schattenreiche 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 Aber ich bin sicher, dass du... Aber ich bin sicher, dass du... Schuss, Schnapper-Bahn. Ich denke, dass jeder Name, die du mit... mit dieser... Mein liebster Kür... Du bist ein... Ich habe mir gedacht, dass du den Namen... Ja... Sascha... Warum bist du immer so stark? Weil meine Mutter mir Kraft gibt. Deine Mutter? Aber sie hat weggebracht. Ich habe nie gesagt, aber ich war sehr schuldig als Kind. Ich war so schrecklich, als sie sterben. Ich war so schrecklich. Und wenn ich zurückgekommen zu meinem alten, schrecklichen Selbst... Es wäre so, als ob sie... Ich habe das Gefühl, dass ich stark sein hätte. Damit wird sie in... Sascha... Ich war so... Na, gehen wir jetzt noch die Treffer hoch und schauen uns das Wetter an? Hinterher oder nicht? Hinterher oder nicht? Lade von... Doch... Ein Sondenaufgang... Ein Sondenaufgang... Ja... Beep... Mein Lieber König... Ich erinnere mich... Ich erinnere mich... Jetzt haben wir ihn, glaube ich, aus seinem Trauer-Dasein herausgeholt. Ja, aber die schwarzen Banner, die fallen... Beziehungsweise werden eingezogen... Beziehungsweise werden eingezogen... Und das heißt... Ah, die Banner... Des Königs... Er strahlen wieder an dem Turm... Und die ganzen Menschen... Haben auch ihre... Ihre normale Kleidung an. Das heißt... Da ist fast schon wieder... Friede, Freude, Eierku... Für die ganzen Menschen hier... Oh, lecker... Nom Nom... Chang'e ist nur am Mampfen... Haha... Ist wieder zu hammergeil hier... Fressa, komm, wir wollen weiter... Hm... Ist irgendwas pixelig bei... Bei... Ihr, oder? Ah, da haben wir einen Zauberstab... Ich will natürlich raus... Und am Schlausten auch wieder runter... Gehen wir noch fix hoch... Gucken wir, ob wir noch ganz hoch gehen können... Ob der wieder... Auf sein Trönchen sitzt... Ach, ne... Zumindest... Er ist wieder... Da... Okay, da brauchen wir auch nicht mehr... Dann gehen wir... Na draußen... Tuck, 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 tuck... Mal gucken, ob wir... Mal gucken, ob wir... Mal gucken... Mal gucken...